Hallo und herzlich Willkommen zum Rude-Singen-Kalender 2021. Heute am 1. März beginnt ein neuer Monat und für diesen Tag haben wir genau das passende Lied. Es stammt von den Ärzten aus dem Jahr 1984 und heißt zu spät. Viel Spaß dabei. Warum hast du mir das angetan? Ich hab's von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. Zwei Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihn gefällt. Ich bin arm und er hat Geld. Wie sie nur, weil er ein Auto hat. Nicht wie ich, ein klappriges Damenrad. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen meiner Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid. Doch dann ist es zu spät. 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 Doch dann ist es zu spät. 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 Er kriegt das, was ich nicht hab, ich hasse ihn Wenn es das gibt, so richtig vorhergelegt Ich wollte ihn verprügeln, deinen Supermann Ich wusste nicht, dass er auch Karate kam Doch eines Tages werd ich mich rechnen Ich werd die Erz in aller Mädchen brechen Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht Und dann tut es jeder, doch dann ist es zu spät Eines Tages werd ich mich rechnen Ich werd die Erz in aller Mädchen brechen Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her Doch dann ist es zu spät, dann werd ich mich nicht mehr Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät Ja, dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät Dann ist alles viel zu spät Wir wünschen euch noch einen wunderschönen 1. März Und freuen uns auf ein Wiedersingen Und wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Online-Rudelsingen startet Schaut einfach nach auf www.rudesingen.de Alles Gute und bis bald. Tschüss Schaut einfach nach auf www.rudesingen.de